Jetzt gebe ich es echt auf, klick ich da Film am Internet, da kann einer mit dem Flitzebogen um die Ecke schießen. Ne echt jetzt, er testet das sogar, wie so ein Bruchtest. Ich werde das und das auf und das im Weg und das im Weg bleibt unversehrt und vollkommen trotzdem entzielt. Doch unglaublich, ne? Für, außerdem sind wir sowieso festgesetzt, so. Weil wir uns bewegen, reagiert so ein ganzer Tischswarm und taubt nicht. Oh, das ist Kofu, ist ja eigentlich sinnlos, ein paar Quam, macht ja richtig verrückt. So, alle Denkmale noch von Ton Palayon. Wir müssen erstmal, ne? Überall bekleckte. So, alle sind unglaublich, ey. Na ja, fällt einem wieder ein, hier filmt. Streets of Tinnestons über Deltjahr. Das ist Kofu. Also, das ist Kofu, natürlich, die Yeltsin. Also, es geht ein, hier, hier. Also, dass wir sie in diesem Uhe beten, dann gehen wir mal. Also, das ist ein Buch. Also, was wir schon, wir sehen uns.